In diesem Video für die Minecraft Version 1.6.4 zeige ich dir, wie du Forge, einen Shader, einen Mod und Optifine installieren kannst. Gehe dazu in den Launcher und klicke auf Installationen und klicke dann auf Neuinstallation. Ich werde das Ganze jetzt beispielsweise 1.6.4 nennen, klicke dann hier auf Version und suche nach 1.6.4. Wähle dann hier den Release aus und klicke auf Speichern und dann hier nochmal auf Spielen, um das Ganze einmal zu spielen. Sobald Minecraft für 1.6.4 dann gestartet ist, kannst du es auch sofort wieder schließen. Um eine Mod zu installieren, braucht man Minecraft Forge. Gebe deswegen im Internet Minecraft Forge 1.6.4 ein und klicke dann hier auf files.minecraftforge.net. Dann ist hier 1.6.4 Forge, klicke dann hier bei Download Recommended auf Installer. Du wirst dann weitergeleitet auf eine Seite, klicke dort nichts an, außer nach ein paar Sekunden oben rechts auf Skip. Dann wird Forge für die Version 1.6.4 auch heruntergeladen. Als Mod werde ich die Animated Player Mod nehmen. Suche dazu einfach im Internet nach deinem Animated Player Mod und klicke dann auf die Kursforge Webseite. Hier bist du dann bei den Dateien und dann siehst du hier 1.6.4. Klicke dort auf Download. Du wirst automatisch weitergeleitet und der Download beginnt auch hier. Suche dann nach Minecraft Optifine 1.6.4. Der Download ist nicht mehr auf der offiziellen Optifine Webseite verlinkt. Allerdings gibt es noch einen Direktdownload auf der Seite und da siehst du hier optifine.net und dann 1.6.4. Ich habe das Ganze auch noch mal in die Videobeschreibung gepackt. Das findest du, wenn du da im Internet danach suchst und dann klickst du hier einfach auf Download. Wenn dann hier so eine Meldung kommt wie File Not Found, dann hat er diese Optifine Datei nicht mehr. Also HDU C4 ist es bei mir nicht mehr vorhanden. Hier gibt es noch HDU D1. Klicke dort einfach noch mal drauf und klicke dann hier wieder auf den Download. Und das Ganze gibt es. Hier kommt eine Meldung, ob du das behalten möchtest. Klicke dort hier auf Behalten. Suche dann nach der ShadersMod Core. Hier gibt es dann auf der shadersmod.com Webseite den Link zu dem ShadersMod. Und scrolle dann hier auf der Webseite ganz nach unten zu 1.6.4. Und klicke dann hier auf Download. Dann wird das Ganze wieder heruntergeladen. Es wird wieder gefragt, ob du das behalten möchtest. Klicke einfach auf Behalten. Für einen Shader suche dann einfach nach ShadersMod 1.6.4 und klicke dann hier auf Shaders. Und dann siehst du hier einige Shaders für 1.6.4. Ich habe einige schon durchprobiert. Der R-Locky Shader funktioniert bei mir am besten. Ich klicke hier auf den und scrolle dann hier runter. Und dann siehst du ganz, ganz unten die Downloads. Und ich werde jetzt hier einfach einmal diesen Remastered hier nehmen. Und klicke dann auf Herunterladen. Dann ist er auch heruntergeladen. Jetzt, um das zu installieren, gehe ich in den Downloads-Ordner. Ich klicke dazu auf dieses Ordner-Symbol hier. Und dann komme ich zu dem Downloads-Ordner. Den Browser werde ich schließen. Zuallererst zu der Forge-Installation. Klicke hier mit Doppelklick den Forge-Installer an. Wenn dieses Fenster hier nicht erscheinen sollte, dann schaue dir das Tutorial oben rechts an. Da habe ich dir erklärt, was du machen kannst, wenn das hier nicht erscheint. Klicke hier ansonsten auf OK. Es ist wichtig, dass diese Meldung hier erscheint. Die sagt nämlich, dass Forge eben installiert worden ist in den Installer. Klicke dann auf OK. Und dann werde ich den Forge-Installer hier wieder löschen. Und auch diese Textdatei, die hier erstellt worden ist von Forge, die werde ich auch wieder löschen. Nun noch zu der Installation hier von Optifine und den beiden Mods. Gehe dazu in den Minecraft-Launcher. Gehe dann hier auf Installationen. Bei mir hat sich jetzt schon ein 1.6.4 Forge-Profil erstellt. Wenn das Ganze nicht vorhanden sein sollte, so als Beispiel hier zum Beispiel, dann werde ich jetzt einfach die 1.6.4 auswählen. Klicke hier auf den drei Punkte hier und dann auf Bearbeiten. Und dann klicke ich hier auf Version und scrolle ganz ans Ende. Und dann siehst du hier Release 1.6.4 Forge. Klicke dort drauf und jetzt klicke ich hier auf Speichern und werde das Ganze einmal starten. Bevor ich das Ganze mache natürlich noch die Mods. Deswegen hier einfach auf dieses Ordner-Symbol klicken und dann bist du hier in dem Punkt Minecraft-Ordner. Und in diesem Punkt Minecraft-Ordner gibt es vielleicht diesen Ordner namens Mods. Wenn es den nicht geben sollte, so wie bei mir hier, dann machst du einfach einen Rechtsklick in die freie Fläche, dann auf Neu und dann auf Ordner und nennst den M-O-D-S. Das ist ganz wichtig, dass da alles kleingeschrieben ist. Mods muss kleingeschrieben sein, sonst wird es nicht erkannt von Forge. In diesem Mods-Ordner dürfen sich keine Mods einer anderen Minecraft-Version befinden. Also nicht von der Version 1.7.10 oder 1.8 oder 1.12, sondern ausschließlich Mods der Version 1.6.4. Ich werde jetzt hier den Mods-Ordner neben den Downloads-Ordner ziehen und dann ziehe einfach hier alle bis auf den Shader in den Mods-Ordner. Und gehe dann wieder in den Punkt Minecraft-Ordner und suche nach dem Shader-Packs-Ordner. Wenn es diesen nicht geben sollte, dann erstelle den einfach manuell, einfach wieder mit Rechtsklick in die freie Fläche, Neu, Ordner. Bei mir gibt es den schon hier und dann ziehe ich einfach den Shader einfach rein. So, jetzt kannst du beide Ordner einfach schließen. Gehe dann wieder hier in den Minecraft-Launcher 1.6.4, Forge, klicke auf Spielen und dann wird das Ganze einmal gestartet. In Minecraft kannst du die Mods sehen, die geladen wurden, zum Beispiel die Opti-File-Mod und die Animated-Player-Mod. Ich werde jetzt hier in eine Welt gehen. Nachdem ich beigetreten bin, gehst du einfach hier mit Escape zu dem Menü-Option und dann Shaders. Und dann siehst du hier den Shader und den klicke ich einfach an. Hier, ich werde hier noch den Wolkenschatten aufmachen und dann klicke ich auf Done und dann Done. Und dann siehst du hier, der Shader funktioniert. Und hier, die Animated-Player-Mod funktioniert auch. Wenn du eine Frage hast, schreibe einen Kommentar. Ciao.